ja ja der händler duke ist auch so eine dubiose gestalt in diesem game aber freunde heute geht es in das schloss mal gucken was darf ab geht für eine grusel horror picture show ich würde sagen wir gehen sofort rein und let's going so hier war nichts mehr gehen wir gleich mal rein hier schloss dimitrescu ok ab zur base mal wir brauchen ja medizin pistolmonie ok haben wir noch voll schießplopfer gefunden wer ist das da drauf drei töchter bella kassandra was und wer noch daniela alles klar oh kohle geil nimmer sofort mit nichts passiert das soll aufzug oder ja wo geht dahin bestimmt ganz auf dem turm hier geht es weiter denke ich mal jawohl so was aber hier schön ist eine statue hier musst du übel aufpasst überall sind die zombie angst hallo ist jemand wir gehen erst mal hoch gucken da war noch ein gang ist er offen nein verschlossen also müssen wir in unten lang ja wo los knifft raus schon mal nachladen hallo da war schon mal da war schon bleibt weg sind von hier gekommen ist das übel hier unheimliche stimmung hier macht sich breit in diesen schloss in diesem castle was ist jetzt kaputt was ist jetzt kaputt also schloss in diesem schloss in diesem Mutter, ich bringe frische Beute Ihr seid so gut zu mir, Mädchen Wow Ah, gut Dann zeig mal her Ach, sieh an, Ethan Winters Bis den kindischen Spielen meines Bruders entkommen Dann zeig mal, was du zu bieten hast Ja, Mutter Schon etwas abgestanden Dann lasst ihn uns gleich verspeisen, Mutter Ich war es, die ihn geschnappt hat Na, na, Mädchen Erst informiere ich Mutter Miranda Aber später Später bekommt jede ihren Anteil Zieht ihn hoch Hey, hey Was, was, was alles Hört sofort auf Pass besser auf, was du sagst, Ethan Winters Lass mich runter Lady Dimitrescu Am Start Mit den drei Mädchen Anscheinend Was die für eine Rolle spielt, denke ich mal Werden wir noch sehen Auf jeden Fall Nice Geht's Geht's schon mal richtig ab Die Party Hier Das kann ich gar nicht hin Die für ein Winter ist Holy shit Die Pfoten Übelst zerlörrt Hammerhahn, was hier abgeht Lady Dimitrescu Lady Dimitrescu Die Pfoten Die Pfoten Die Pfoten Die Pfoten Die Pfoten Die Pfoten Untersuchung Nichts zu finden Alles klar Ah Was ist damit Ich denke mal Können wir irgendwie Einen Kamin Ausmachen Oder auch Nicht 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 Schlecht Wo Die Hier Lebt Die Oma Ja Bravon Dietrich Denk Ich Mal Alter Junge Ach Nee Haben wir schon Geheimgang Entdeckt Hier Aha Alles klar Verschlossen Also kann man Dann nur Durch den Kamin Sonst geht's Nervenswohlang Ratten Ratten Oder Mäuse Hier geht die Action Wieder mal Los Oh Was war das denn Gerade Ein Ring Den Müssten wir Mal Untersuchen Rotes Auge Für Was ist Das Gut So Denk Ich Mal Irgendwo Einfügen Was hier Abgeht Hier Ab Übelst Noch Hier Gehen Wir Noch Nicht Hin Können Was Kompinieren Außer Pistel Muni Nichts Wir Finden Auch Viel Zu Wenig Kraut Irgendwie Und Hier Erzuhilfe Nur Eins Okay Machen Wir Das Alles Klar Alles Klar Ähm Hier Geh Ich Noch Nicht Raus Ah Das war Die Abkürzung Hier In Den Letzten Raum Lady Dimitrescu Auf Auf Den Boss Fight Bin Ich Mal Gespannt Was Da Abgeht Wo Haben Sie Rose Hingebracht Okay Da Fehlt Was Anscheinend Müssen Wir Die Alle Finden Damit Dann Oben Die Fackeln An Gehen Das Ist Der Fahrplan Jungs Wir Müssen Jetzt An Off Wie Das Aussieht Hier Das Sieht Übel Schick Aus Hammer Hart Die Einrichtung Die Lässt Sich Richtig Gönnen Die Trimitrescu Wie Röstet Die Pistel Aus Wieder Ein Zwischengang Entlüftet Ja Wusst Ich Doch Hier Ist Was Drinnen Aber Waren Doch Nix Drinnen Was Ist Das Denn Gerade Hier Okay Wir Gehen Erstmal Gerade Aus Verschlossen Also müssen Wir Noch Gehen Den Raum Müssten Wir Noch Untersuchen Aber Waren Wir Da Schon Drinnen Vielleicht War Das Der Raum Der Zu War Wir Müssen Hier Auf Schlimmste Gefasst Sein Freunde Ja Hier Kann Überall Was Schnell Passieren Hier Gehen Wir Erst Später Mal Rein Aha Eine Vase Schießpulver So So Wie Eine Kirsche Hier Überall Sind Die Gänge Da Cool Gemacht Das Richtig Geil Gehen Wir Erst Hier Dann Über Moment Mal Da 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 Das Auge Ja Da fehlt Das Klotze Oh shit Da Wollte Ich Eigentlich Noch Noch Nicht Schreien Alter Aber Es Geht Ab Ich Habe Lange Kein Mann Mehr Aufgeschlägt Ich Fessel Ja Und Du Geh Noch Satt Junge Am besten Gar Nicht Tschüss Ist Ist Weg Die Alte Ist Ja Kein Insekten Mehr Pistel Raus Aber wo bin ich denn jetzt übelst dunkel hier Wo sind die aldein Hallo Ist Hier jemand Oh Scheiß Die Kommt Wieder Mach's gut Schatz Ja Soon Alter Verpisst Die Dschungel Du Zombie Drohler Ich Komm nicht mal raus Wo muss ich denn hier hin Ach hier rein Alles klar Ich Alter, was geht? Ab, Junge hier. Mir geht's hier in den Mönn. Wo geht's hier weiter? Hier ist verschlossen und wo geht's hier weiter? Mach das Brett auf, Junge. Hier kommst du gar nicht weiter, Junge. Wo willst du denn hier lang? Den Staaten halt ist der scheiße Girl, oder? Weil hier kommt's doch nirgends wo lang. Alles zu hier. Hier ist zu, hier ist verschlossen. Untersuchen, brauchst du Schlüssel. Was für ein Bullshit, Alter. Da war er plötzlich tot. Der war plötzlich tot. Normal, wenn du nichts hier findest. Kein Ausgang, nirgends wo war was geschildert. Und die Alte rennt dir immer hinterher. Sehen wir ernsthaft hier gerade gespawnt? Das ist doch ein Witz, oder? Das heißt, Freunde, in diesem Raum geht's nicht weiter. Wo willst du denn hinlatschen? Überall ist verschlossen. Rechts, links, übelst welche Türen, die nicht aufgehen. Da kommst du nicht weiter. Da kommst du nicht weiter. Also brauchen wir den Knurr gar nicht rein. Danke fürs rote Auge bitte. Zum zweiten Mal schon. Da erspare ich mir lieber meine Tränke. und sterbe eine Runde. Anstatt wieder alles zu verpulvernieren. Dann hab ich nichts mehr. Entriegelt. Wo haben sie Rose hingebracht? Von hier aus sind wir gekommen, gell? Jops. Oh. Oh. Juck. Was machen sie hier? Wenn es was zu verdienen gibt. Und? Und? Hast du deine Tochter gefunden? Nein. Wenn sie wirklich hier ist, hält die Herren des Hauses sie doch sicher in ihren privaten Gemächern fest. Denkst du nicht? Dimitrescu? Genau die? Sieh dich doch mal dort um. Vielleicht hast du Glück. Apropos umsehen. Brauchst du irgendwas? Willkommen. Ja, schau mal den Krempelladen vorbei. Ich habe neue Waren für dich besorgt. Wie wärs? Hm. Die Sicherstellung von Waren hat oberste Prie... Ein gutes Geschäft. Das muss ich schon sagen. Nice. Wir können ja speichern. Sehr guti. Endlich. Was fehlt denn hier? Oh. 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 Also hier ist Juke immer. Mussen wir uns merken? Oh. 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 hier ist verrammelt und verriegelt wird er aha schau mal an chimichelius gleicherweise kombination machen die geschichte des weinherstellers irgendwas fehlt hier wieder aber was fehlt hier aber was fehlt immer noch verschlossen hmm Oh Ich würde sagen, Freund, ich gehe erstmal nochmal speichern Bei Tugug Jetzt muss ich ihn nur noch finden Na, wo war denn der wieder? Ja Das ist ein mal Übels Labyrinth hier Ich blick hier gar nicht mehr durch Wo war der jetzt mal? Ach, hier ist der Der Kaufmanns Zimmer Und dann, Freunde, sehen wir uns im nächsten Part schon wieder Hoffentlich Mit kein Fails mehr Bis dann nochmal zu und ciao Bis dann Bis dann Bis dann